Hallo Freunde, wir behandeln weiterhin die Deklination im Nominativ. Jetzt mit der Negation kein. Ja, die Negation kein folgt der Deklination des unbestimmten Artikels. Also kein Maskulin, keine Feminin, kein Neutrum im Singular und im Plural Keine. Der Wagen Maskulin, das ist kein alter Wagen, sondern ein neuer. Die Limousine Feminin, das ist keine kleine Limousine, sondern eine große. Das Cabriolet Neutrum, das ist kein neues Cabriolet, sondern ein gebrauchtes. Die Autos, plural, das sind keine billigen Autos, sondern sehr teure. Ja, bitte beachten Sie hier wieder unsere Tabelle, also die Negation kein. Kein neuer Wagen, kein alter Wagen, keine neue Limousine, keine alte Limousine, kein neues Cabriolet, kein altes Cabriolet, keine neuen Autos oder keine alten Autos. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.